Die YouTube-Sendung rund um den Bregenzer Wald Ja, Servus Habereri, grüßt euch an einen schönen guten Abend miteinander Und schwupps ist wieder eine Woche vorbei Und ich begrüße euch beim Valentinstag Ich hoffe, ihr habt den Tag vergessen Also das heißt, die Schmelke stautet dann schon auf Blümli Es muss nicht immer Valentinstag sein Aber man kann nicht jetzt falsch machen Und ich bin mit der Langlaufschiene noch genug gegangen Gehe ein Büschle hole ein Feins fürs Schätzle Also, es ist nie zu spät, auch morgen, falls ihr es nicht vergessen Nun, die letzte Woche, letzten Montag Hören wir ja unsere Sendung mit dem Ludwig Bertl Mit den Geburtstagsgrüßen Also wirklich, da kann man wirklich sagen, Nostalgie Das sind wirklich Generationen vor uns Und jetzt, heute werden wir uns der heutigen Generation Wie man nämlich, die letzte Woche war wahrlich eine Sensationswoche Und zwar in olympischer Hinsicht Angefangen natürlich für unsere Katte Lienzberger Bis hin natürlich zu unseren Doppelgoldjungen Und diese Sendung wählen wir Denen widmen wir, speziell natürlich unserem auch Interviewpartner, wo ich am Herbst singen darf Beim Johannes Strolz Und da nehme ich ÜG mit Der 10.2.2022 geht in die Geschichte ein Zum einen Natürlich, da haben wir es gesehen Der Isi und der Johannes Die zwei haben wirklich Historisches geschafft Doppelgold-Olympiasieg für Vorarlberger Und am gleichen Tag ist natürlich von der Christina Und vom Andi der Podcast online gegangen Der Dieter Znüngeriers Wo schon über 400 Fuß gemagelt worden ist Und das sind vier Tage Also wirklich vielen Dank für das, dass ihr fest zulässt Und natürlich, ihr findet diesen Podcast unter www.servus.at Und ist Tag und Nacht für euch erreichbar Nun, Tag und Nacht erreichbar Ich weiß nicht, sind ihr aufgestanden am Morgen? Ich muss es ehrlich sagen, ich nicht Aber am Morgen um das Himmel hören wir es dann mitkriegt Und zwar, was da abgegangen ist in Peking-Donder Bevor wir nach Peking kommen Wo ich im Herbst bei Ihnen damals gesehen habe Beim Johannes und beim Hubert Strolz Hören wir vor allem noch gerne zu gewissen Der Johannes ist gerade vom Schnalztal Vom Training gekommen mit seinem Koffer Also sein Koffer ist im Prinzip G-Schuh, G-Stärker, G Und nachher einmal ein Köferle mit einem Witzle-Heustür Weil der Rennanzug braucht ja eh viel Platz Und da haben ich die Ehre gehabt Wo ich mit dem Hubert geredet Und die Goldmedaille in den Händen zu halten Und zwar von 1988 vor Calgary Und ja, wie gesagt, wir haben es ja überall gehört Rundum, die ganze Welt ist es rundum gegangen 34 Jahre später ist ein Moment da Wo um die Zeit noch kein Mensch glaubt hat Weil da hat wirklich der Johannes gesagt Sein größter Traum ist ein Weltcup-Rennen zu gewinnen Und das hat er in Adelboden geschafft Und die Qualifikation geschafft Und natürlich wirklich, das kann man sagen Eine wunderbare Geschichte Jetzt selber eine Olympische Goldmedaille in Haider ziehe Also wir haben wirklich eine riesen Gaude Wir sind auch in Kontakt gesehen mit ihm über WhatsApp Lässt auch liebe Grüße ausrichten Mit einer persönlichen Botschaft hat es leider nicht geklappt Weil wirklich die olympischen Regeln sind sehr, sehr hart Was die Mediengeschichte anlangt Aber das werden wir auf jeden Fall nachholen Wenn er da ist, werde ich ihm einen Senf zustellen Etwa tue ich, wenn der ganze Rummel rum ist Und dann schauen wir, dass man auf jeden Fall noch einmal Auch einen Bericht Oder dann noch einmal ein kurzes Interview Oder einen Klinger-Podcast mit ihm aufnehmen können Um das Erlebte mit ihm zu erzählen Nun Es ist wirklich fantastisch Weil ich habe die ganze Geschichte angeguckt Ich habe es auch ein Kling mit aufgenommen Und man denkt Da will ich einfach eine Geschichte darüber machen Ich habe jetzt hier einen Bericht Und ich habe einfach ein paar Ausschnitte mitgefilmt Und dann habe ich das zusammengefasst Für uns alle Und da möchte ich ihn mitnehmen Um die Emotion noch einmal zu erleben Wie es an diesem Donnerstag Den 10.2. am Morgen zugegangen ist Also Ihnen viel mit Ihnen mit Für die nächsten 6 Minuten Viel Spaß Es gratuliert die ganze Zervas-Familie Dem frischgebackenen Olympiasieger Johannes Strolz Die Zervas-Familie Ja, wirklich eine unglaubliche Geschichte. Noch einmal toll, toll, toll und jetzt geht es Daumen drücken und zwar Mittwoch in der Früh ist der Slalom, wo der Johannes noch einmal an den Start geht und natürlich allen anderen Österreichern empfehle ich natürlich alles Gute, weil beim Riesenslalom hat das nicht gefuchst, aber ich denke, Manuel, das schaffst du und wir drücken dir allen die Daumen. Ja, ihr wisst ja, das ist klar gesehen, das hat fast jeder gewusst, dass der Johannes diesen Erfolg hingefahren hat. Aber auf die nächste Seite gucken wir wieder. Ihr könntet mir gerne was schicken, wenn ich jetzt eingefällt, aktuell ist gerade zum Beispiel, der EC Bregenzer Wald österreichische Meister geworden ist, also auch brandaktuell. Und da werde ich mal demnächst mit denen mal zusammen drucken und will ich da mit denen einen Bericht machen und dann auf Service Live mit Ü Teuler. Nun, es ist wieder soweit und zwar meine Bank hat jetzt einen Auftritt und zwar die Raiffeisenbanken im Bregenzer Wald, die VLV und natürlich auch die Wilder Versicherung, die für mich wieder unterstützend da sind und mich als Partner unterstützen. Da möchte ich vielen Dank dafür sagen. Danke natürlich auch allen Verkaufsstellen. Der Znüngersenf ist auch so mit online und ja, er verbreitet sich rasch und zwar nicht nur bei der Christina, bei der La Wurst sind wir beim B-Mann papier, da haben wir schon einmal nachgereicht, also das heißt, der ist eigentlich schon nachgeliefert. Auch beim B-Mann gibt es noch für kurze Zeit, bei der Sonja Dunder, bei der La Wurst, beim Georg und bei der Therese Fröwis in Beza und natürlich in Schopenhau und weitere Verkaufsstellen folgen. Wenn ihr sagt, du, ihr habt eine gute Möglichkeit, zum Beispiel den Zahnarzt bietet, dann schreibt mir, gerne können wir uns dort zusammenreden, freut mich an mehr Orten, je mehr Orte es gibt, desto besser ist es natürlich für euch, ihn zu ergattern. Nun, blieb mir eine nichts mehr Autos übrig zu machen, wirklich Schwerpunktthema, diese beiden, strollt sie, strollt sie jung und strollt sie jung geblieben. Der Podcast ist wirklich eine wunderbare Geschichte, den kann ich euch wärmstens ans Herz legen, wenn ihr einfach mal zitiert, die nächsten Tage wird eh wieder das Werte der Klingruh. Loset ihr euch unter www.service.at oder auf Spotify, Google oder Apple Podcast, ab neuestem auch bei Amazon Music, könnt ihr alle Podcasts losen. Ich wünsche euch da viel Spaß damit. Ja, es ist schon wieder soweit, kurz und knackig, ihr müsst ja natürlich auch noch zum Olympiastudio heute vorbegucken oder zu Vorarlberg heute. Ich wünsche euch wieder eine schöne Woche und wir hören und sehen uns wieder nächsten Montag, wenn es heißt, Servus Live mit Dieter. Servus!